Mittlerweile kommen wir auch schon zum dritten Boss in Vermächtnis der Rakata, beziehungsweise zweiten normalen Boss und dieser ist ziemlich cool. Hier sehen wir einfach wirklich mal warum, denn in diesem Add-on die ganzen Gruppenfähigkeiten, also die ganzen Gruppenschadensfähigkeiten so verstärkt wurden. Wir haben hier, ich glaube entweder waren es 16 oder 12 Ads, die eben am Anfang dort stehen und die gleiche Menge an Ads kommt eben zum Schluss auch nochmal. Ja, das ist eben eine seiner Fähigkeiten, die er immer wieder macht. Er ruft seine Gehilfen herbei und des Weiteren, gucken wir mal was er jetzt noch so schönes macht. Ja, er macht einen kleinen Kick und nach diesem Kick direkt feuert er so einen Strahl auf mich ab. Es ist so gut wie unmöglich, diesem auszuweichen. Also versucht es am besten gar nicht, ihr könnt dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken. Vielleicht kann der Heiler, wenn ihr einen Hexer dabei habt, euch schilden oder ihr schmeißt eben einen Cooldown an. Genau, es sind 12 Ads, ich habe mich also eben ein bisschen vertan, das tut mir leid. Und ihr seht auch diese kleinen Voids, aus denen sollte man eben auch rausgehen, weil er da Raketenschläge rein macht. Ich habe es jetzt nicht getan, ich habe es gemerkt, es war ein Fail. Und diese Ads sollte man eben mit einem Massenspot ein kleines bisschen antenken, ansonsten seine AOE-Fähigkeiten benutzen, um sie weiter an sich zu binden. Nach diesen Ads springt er wieder zu einem hin, haut ein bisschen auf einen drauf und gleich sehen wir natürlich wieder, dass er mich kickt. Er macht diesen Strahl, genau. Und ich habe es wirklich versucht, ich bin sofort nach rechts gerannt, bin auch gesprungen, damit die Positionsabfrage funktioniert. Und konnte dem dennoch nicht ausweichen. Ja, ihr habt es vielleicht auch im Chat gelesen. Kann der was Neues, der Boss? Nein, so wirklich großartig was Neues kann er nicht. Es ist ziemlich selbst erklären, was man machen muss. Er kann nicht, wie er macht diese Voids, er macht seine Void, der ich nicht ausweichen kann, macht die Ads und kickt ein kleines bisschen. Also der ist nicht großartig schwierig. Das Einzige, was man benötigt, ist Fehler, Fehlgruppenschaden. Dementsprechend wünsche ich auch hier wieder viel Erfolg und viel Spaß mit diesem doch recht interessanten Boss.